Ja, da sind wir wieder bei Minecraft. Kurze Aufnahmepause, nachdem der Server nicht so wollte, wie wir wollte. Mit Creeper. Mit Creeper. Und schon wieder direkt in der Nähe. Ich bin weg. Lass mich da rein. Also wie gesagt, der Server wollte nicht so, wie wir wollten. Und deswegen haben wir hier auch einen Creeper. Ich werde mich mal darum kümmern, wenn der Rest nur wegrennt. Ich wollte ihn nur wegjagen von unseren Häusern. Dann macht er schnell. Parflug gegen Creeper. 1 zu 0 Creeper. 1 zu 1. Sieg! Sieg! So, Aufnahme beenden. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich alles machen wollte. Let's play zu Ende. Ich habe gewonnen. Sieg! Wird es gerade schon wieder dunkel? Oder wie ist das hier? Ach nee, es ist gerade Sonnenaufgang. Ja. Oh, meine Nase juckt. Deine Nase juckt. Erzähl mir mehr. Äh, meine Nase juckt. So, ich gehe mal ein bisschen... Wo war das nochmal mit den Kakteen? Ich wollte gerade sagen, ich laufe mal in die Wüste und hole ein paar Kakteen und Sand. Super. Ja, also ich brauche auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Glas. Damit wir das Ding auch tagsüber... What? Ich bin auf dem Dach. Ich würde nämlich auch... Wenn möglich, würde ich nämlich gerne das Dach aus Glas gestalten. Ein Glasdach. Also, ähm... Mach das mal. Nimmst du dir meinen Akzentehinweis zu Herzen? Das finde ich sehr gut. Du schließt erstmal einen Sumpf, der Junge. Ich höre euch jetzt nur noch auf einem Ohr, denn mein Headset streift gerade. Das macht ja nix. Da muss uns wenigstens nicht... Nö, dir macht das nix, mir schon. Ich kriege eine Revision. Da muss uns den Dünnfünft nicht komplett hören. Ich fange einfach mal an, die Wüste hier abzutragen. Wie viel Kaktus willst du denn? Ähm, ich glaube, wenn du da... Äh, Spinne! Entschuldigung, ich habe mich erschrocken. Ich möchte A, Spinne. Ich möchte, äh, einfach so ein paar, dass das fürs Färben reicht. Okay. Nein, im Zweifelsfall können wir auch noch welchen bei uns anbauen. Grün, äh, äh, also normal grün. Dann hellgrün. Ähm, nimm einfach ein bisschen was mit. Und was haut mich hier schon wieder? Wie gesagt, im Zweifel können wir auch bei uns noch irgendwo mal ein paar Blöcke hin klatschen und einen Kaktus züchten. Ja. Muss nur rechtzeitig zurückkommen, bevor es dunkel wird, irgendwie. Au, au. Oh, ja, das ist schlecht. Schaufel kaputt. Das ist ganz schlecht. Was machst du auf sowas? Ach, fuck. Jetzt habe ich hier einen zu wenig. Egal. Habe ich gesagt, zwei frei. Gott. Der Berg gefällt mir immer mehr. Der sieht von der anderen Seite richtig geil aus. Wir sollten den Leuten übrigens gleich auch erklären, warum wir unter einem neuen Namen auftreten. Vielleicht hat der ein oder andere uns ja vermisst unter dem... Das brauchen wir niemandem erklären. Das ist halt einfach so. Müssen wir nicht. Nein? Nein. Wenn Fragen sind in der nächsten Aufnahme. Ähm... Möchte denn jemand was mit Ziegelsteinen machen? Moment erstmal nichts. Aber man kann das ja schon mal sammeln, ne? Vielleicht irgendwann später. Ich sag jetzt nicht, was ich verstanden hab. Ich glaub, das ist besser. Das kann man denn da... Das kann man denn da falsch verstehen. Eben, was kann man denn da falsch verstehen. Ich habe gerade Zwiebel... Zwiebel... Zwiebelsteine? Ja, Zwiebelsteine. Du hast schon wieder Hunger, man merkt das. Ja, bestimmt. Ja, eigentlich... Vielleicht werden die Zwiebelsteine ja irgendwann mal eingeführt. Ich bin das mal für Zwiebelringe. Und nicht für Zwiebelsteine. Zwiebelringe? Ich bin wieder zu lange unter Wasser. Zwiebelringe gibt's bei Cube World. Was wir übrigens auch Let's Playen. Wo dann... Irgendwann mal die Aufnahmen... ...zusammengeschnitten haben. Ich habe gehört, dass das in Arbeit ist. Äh, das ist bei dir schon seit Wochen in Arbeit. So, jetzt sind meine Schaufeln alle. Ich komme auch wieder zurück. Oh. So, ein bisschen... Ja. Ein bisschen Licht ist jetzt drin. Ich überhaupt noch... Ja, ich kann noch alle mitnehmen. Gut. Da ist eine Höhle. Da liegen Zombiehände... Äh, Moment. Ich habe mir... Ach, schade. Ich habe keine... Habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Ich muss eben zurück. Ich habe mir gerade überlegt... Unser Lagerhaus kriegt zwei Eingänge. Auf der Nord- und auf der Südseite. Auf der Nord- und auf der Südseite. Und get 500 GP free. Play in the next 24 hours... Und get 500 free GP's. Ich glaube, du solltest das mit dem Englisch lassen. Ich weiß. Wird übrigens gerade wieder dunkel. Wollte ich nur mal anmerken. Echt? Echt? Wollte unser eigentliches Haus werden. Und das kleine Ding, was wir hier haben, sollte dann unser Lagerhaus werden. Ich habe dieses Lagerhaus ja nicht nur für heute, morgen, übermorgen geplant, sondern das ist schon geplant für die nächsten tausend Let's Plays. Gott. Da kommt ein Zombie, da kommt ein Zombie. Ich bin weg. Ähm, ich habe mal die Dings da reingeschmissen, den Sand in die Kiste. Ich habe übrigens keine Lust, ständig immer den Kram zu sortieren. Deswegen ja das Lagerhaus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hast du eigentlich ein neues Skin? Ja, ne? Ja. Du bist nicht mehr der schwule Boxer, fällt mir gerade auf. Hoppala, das war falsch. Was soll, was willst du denn jetzt darstellen? Ich habe keine Ahnung, was ich darstelle. Wir hatten jetzt meinen, ich stelle bei einer den Ofen damit wieder hin, der den gerade eingesammelt hat. Dankeschön. Der eine ist schief. So. Kohle ist unten drin. Oben sollte das Eisen rein, Scherz-Keks. Ja, dann tu rein. Ich habe das Eisen nicht, das habt ihr denn das eingesammelt. Ich habe kein Eisen. Wo hast du Eisen-Klötzchen bei dir im Inventar? Nein. Doch. Nein, doch. So, ich gehe mal nach unten ein bisschen weiter. Ach halt, ich brauche erst noch wieder schaufeln. Mehr Spritzhacken. Ich habe noch. Ich bin noch gut ausgerüstet. Die Lava, sie ist so schön. Er muss ja schon sagen, ne? Mit den Shader-Packs sieht das ja schon so aus, als ob man gerne in so Lava reinspringen würde, ne? Die sieht so irgendwie so fluffig aus. Ich habe mal den Kaktus nur unten reingemacht, in die Kiste. Okay. So. Der muss nur in den Ofen. Der Kaktus muss in den Ofen? Ja, ja. Keine Ahnung. Kaktus muss in den Ofen. Okay. Wieder was geleert. Okay. Ich bin verwirrt. Ich habe mich verlaufen. Du bist immer verwirrt. Nee, ist nicht wahr. Du verläufst dich immer. Ich verlaufe mich immer, ja. Das stimmt wohl. Aber ich bin nicht verwirrt. Immer. So. Meistens. Naja, egal. Ich habe wieder ein Ende. Der ist irgendwo hier rechts drin. Weiter oben. Willst du dem Ende jetzt etwa unterstellen, dass er rechts ist? Wir sind kurz vor dem Bundestagswahl. Das könnte... Ach ja, ich muss noch wählen gehen. Jetzt mal eben so Kiosk gehen, oder was? Achtung, da kommt ein Zombie von hinten, Jenny. Ach jo, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe hier unten, glaube ich, irgendwas, was ich nicht abbauen kann. Was denn? Wo denn? Ich muss gleich mal gucken. Ich muss erst mal hier durchrennen und da vorne. Und voll dunkel. Was braucht man da für eine Eisenspitzsacke? Ich weiß es nicht. Fuck, ich habe keine Fackeln. Hast du welche? Ach doch, da habe ich welche. Scheiße. Ja, ich bin blind. Das war ein Smaragd und dafür brauchst du eine Eisenspitzsacke. Ja, habe ich nicht. Ich bin hier nur der... Der Hiwi, der... Okay, wenn du die Reihe weitermachst, dann mache ich die andere Reihe hier. Ich mache, ich mache es ja schon. So, ich gehe mal dahin, wo ich vorhin war, wo ich dachte, ich hätte nicht verlaufen, was ich aber nicht habe, da ich ja weiß, wo ich bin. Nehmen wir Redstone schon mit, oder? Also ich habe vorhin Redstone mitgenommen. Und auch schon in die Dings gepackt. Alles mit. Übrigens, du brauchst keine Fackeln aufstellen, die tue ich hier immer in den Zwischenraum rein. Achso, ja, habe ich jetzt schon. Für Redstone brauche ich eine Eisenspitzsacke, ne? Ja. So, ich lege mal das Dungeon hier frei. Brauchst du uns einen Monsterspawn, ne? Ah, da gibt es Schleim drin. Was ist das denn bitte? Das ist schleimig. Das ist schleimig. Also eigentlich dachte ich, weil das ja ein Zombiespawner ist, kann man hier so ein bisschen, kann man einen Ausguck machen auf die Zombies. Ein Ausguck? Wow. Ich wollte ja nur an die Kiste ran. Oh, ohne Musicdisk. Und ein Name-Tag? Was ist denn ein Name-Tag? Und ein Brötchen. Und Redstone. Und ich bin voll. W-w-w-w-was ist da, dass du so rumbrillst? Da waren gerade so komische Sandviecher. Die, die aus den, aus den, aus den Dingern. Ja, hier, diese, diese Würmchen. Die Jenny in, in Folge 1 so zum Kreischen gebracht haben. Ach, die Dinge. Oder war es Folge 2, Folge 3? Ich weiß es nicht. Oh, Eisen, Redstone, sehr schön. Diamanten? Ach nee, doch nicht. Mach doch sowas nicht, wenn's keine sind. War nur Lapis-Lasole. Ich hasse diesen Namen. Ich auch. Hätten sie es nicht einfach Blau nennen können? Lapis-Lasole-Lasole. Hey, Redstone, super. Ich komm hier nicht weiter. Ja, ich bin da irgendwann gleich. Mein Inventar ist voll, auch das noch. Bäh. Wir tauschen einfach die Rollen. Dumm, di dumm. Wird's draußen schon wieder hell? Bin nicht draußen und kann also auch nicht nachgucken. Ah. Uh, hier war ich schon mal. Ui. Nein. Wirklich? Ja. Krass. Und das Lapis-Lasole ist weg. Ach nee, da. Aber hier war ich noch nicht. Ich glaube, das ist meine letzte Spitzhacke, oder? Ich hab noch Holzspitzhacken. Dann nehm ich die jetzt erst mal. Das ist ja voll langweilig mit Holzspitzhacken. Ach nee. Steinspitzhacken sollst du dir irgendwie doch schon mal zulegen. Ja, die hab ich ja. Ich hab nur die, die alten Holzdinger mal mitgenommen, die noch in den Dings waren, oben in der Kiste. Weil, warum sollten wir die, äh, vergammeln lassen, ne? Ja. Da hab ich mir gedacht, bin ich mal voll sozial und ich benutze die und lass euch das Gute. Ich überlasse euch das Gute. Ich hätt die einfach weggeschmissen. Das Gute? Das Gute daran ist das Gute darin und wir machen keine Werbung. Nein. So, ich brauch mal noch ein bisschen mehr Steins. Ich weiß noch nicht, wo es her ist, aus dem Spielgreif. Aber ich weiß, dass es Werbung ist für irgendwas. Für irgendwas Unwichtiges. Ja, also ich kann mich auch nicht dran erinnern. Wer sich dran erinnern kann, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Machina, 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 machina.